Was ist eine Lüge, die in Bild, Zeitungen, Spiegel und vielen anderen Zeitungen verbreitet wird? Wir würden mit dem ESM oder dem EFSF, dem Bankenrettungspaket, wirklich Griechen retten. Wir retten nur die Besitzer griechischer Schuldverschreibungen, darunter Goldman Sachs, darunter die Deutsche Bank. Nahezu alles, was in der Welt mit deutschem Namen schlecht in Verbindung gebracht wird, hängt auch mit der Deutschen Bank zusammen. Die Deutsche Bank hat Hitler hochfinanziert. Die Deutsche Bank hat den Kreditantrag für Auschwitz unterschrieben. Die Deutsche Bank hat mitverdient am Zyklon B, also an dem Giftgas, mit dem die jüdischen Menschen hingemordet wurden, weil sie Mehrheitseignerin der DG, der Deutschen Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung war. Die Deutsche Bank hat am Zweiten Weltkrieg mitverdient. Als dann Herr Abs, der Chef der Deutschen Bank, nach 1945 gefragt wurde, hat er gesagt, ja, ein Krieg braucht Geld, Geld und nochmal Geld und wir haben es halt besorgt. Was ist dagegen zu sagen? Die Deutsche Bank hat dann auch an Massenentlassungen profitiert. Ich erinnere nur an die Metallgesellschaft, Tausende von Arbeitsplätzen. Die Deutsche Bank wird von Greenpeace und von Robin Wood die Managerin der Klimakatastrophe genannt. Die Deutsche Bank ist jetzt wieder beteiligt an Fukushima, baut, während wir dieses Gespräch führen, in Westindien gerade wieder, finanziert dort in einem Erdbebengebiet Atomkraftwerke. Und ich denke, das, was die Amerikaner 1945 gesagt haben, die Amerikaner im Office of Military Government United States, zerschlagt die Deutsche Bank, stellt die Verantwortliche vor das Kriegsgericht. Das ist unser Auftrag. So steht es im Grundgesetz und in Artikel 15, der Vergesellschaftungsartikel. Und das ist auch der Auftrag für die Aktionstage am 17. bis 19. Mai in Frankfurt am Main gegen die Deutsche Bank. Das ist auch der Auftrag meiner Partei und war eigentlich lebenslang immer mein Auftrag, moralisch und aus ökonomischer Vernunft.